Willkommen zu unserer Kochshow mit Camille und Katja. Heute kochen wir Gemüse Eintopf. Er ist eine lecker deutsche Suppe. Erst haken wir die Gemüse. Fünf Kartoffeln. Ein guter Sellerie. Ein Zwiebel. Und fünf Knoblags igen. Danach gießen wir 24 Unser Hörnerbrüren in einen Topf ein. Wir geben die Gemüse. Einen Önzer Weißwein Essig. Und vielleicht ein bisschen Karotten für die Farbe dazu. Jetzt kochen wir die Suppe langsam. Feuer! Ja! Ja! Gut! Ja, hey! Der Eintopf schmeckt mir gut! Ich bin fast! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!